Einmal nachladen, keine Bayonette. Heißt das wirklich first challenge, kommst du kurz mit? Endeffekt, Reload. In Double Ranks, fall in. Ja, wir wurden vorne jetzt als... Und Stage-Squeer-Company into Wanks, fall in. Okay. Ach, Herrgott. Und ist ein bisschen kürzer, als wenn ich... Weber? Weber? Hier, 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 hier. Hier vorne. Hier. Doch, da ist Weber hier. Engdrand, Männer. Krieg ist für alle da. Ich würde vorschlagen... Wir gehen erstmal nach See für die rechte Flanke. Mhm. Ähm, falls jemand wieder was zu uns... Zack, zack, zack. Schema. I'm a change. Nein, auf, du stehst noch nicht in der Linie. Was ist denn? Ach, sie eigentlich war in der Büschel. So hintermüller. Geh nochmal vor und zurück. Oder zurück und vor. Dann sollte das wieder gehen. Winkler, Klingel und ich, und wir haben hier noch... 16... So, alle mal kurz zuhören. Die Waffe hier... Auf 100 Yards einstellen. Jetzt. Da wird man wie... Ins Ziel gehen und einmal die Z-Taste drücken. James, du stehst mit dem Rücken zu uns. Oder Y. Tue ich nicht. Es ist noch schlimmer. Falsche Einheit. James, beim nächsten Respawn dann bitte die 32er ausfüllen, ja? Ja. Ja, ja. So. Logan, mach mal bitte einen Schritt nach rechts. Ne, nicht gucken. Einfach einen Schritt nach rechts machen. Kannst du nicht... Tobi, Covern brauchst du so weit vorne nicht. Achte nur auf O'Keefe. Wenn er fällt, übernimmst du die ganze Linie. Verstanden? Ja, verstanden. Super, danke. 40 mit 0 können wir los, ne? Ja. Sachin Mendes. So. Private Red. Ich muss mich beschweren. Warum? James geht nach rechts. Die Achterleberberzeck mit dem nackten Finger auf uns. Jungs, das kann hier hinten noch nicht wahr sein. Double Ranks. Komm. So. Wer steht jetzt im Front Ranks und wer steht jetzt im Second Ranks? Malte, Second Ranks, Red in First Ranks. Red in First Ranks. Red in First Ranks. Seh hier. James, du stehst noch einen kleinen Schritt nach vorne. Siehst du denn James Mendes? Ne, der muss nach hinten. Ich komm hier nicht durch. Nach hinten. Dann raus aus der Linie bitte. Neu einordnen, bitte. Neu einordnen, bitte. So, Red. Schritt nach rechts. Einfach einen Schritt nach rechts. Genau. So, dann kam der nächste hier ran. Sehr gut. Und umschauen tun wir mit der Alt-Taste. Super. Sind hier die 32? Natürlich. Ja. Alles klar. So, für euch. Wir gehen jetzt gleich auf die rechte Flanke. Schade. 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 Weaver. 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 Captain Weaver. Ja. Sagen Sie den letzten Schuss an, ob wir Buck and Ball laden sollen, wenn wir reingehen. Schade. Ich denke wir schießen vorher einmal und dann ladet ihr Buck and Ball. Jawohl. eenh. weaver, 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 weaver. Weaver, weaver. Pitab. Und hier. Ja. Ehm, Dream slit, bist du da? Das geht ne lange Polonaise. Meister. Schon ne ziemlich massive Linie. Raten runter. Die verschwinden alle im Bodenquartier. Wir könnten gerne den Kurne bieten. Ein Vierer. Ich glaube, wir verzichten jetzt mal darauf. Geht's los? Geht's sofort los. Ist ja schon 40. Für heute mal auf die Union. HUSAAR! 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 Ey ich war der Barber aus. Ich weiß, dass die Standespärte ich mit mit. HUSAAR! HUSAAR! WIKEHTCHEF! Wir sind hier in der Mitte. HUSAAR! HUSAAR! Glaubst du auch nicht die Beifahrt, zweite Rieck? C antippen, dranbleiben an den Vordermann Marsch Wie war, wir legen mal ein bisschen Tempo an und gehen schon mal auf Position um euch Deckung zu verschaffen, ja? Ja, aber wir werden auch vorne an der Seine, wir schießen gefangen Was ist hier los, Handy? Keine Lücken lassen Die gute Alte, die Rieger umschließen Marsch Die Karriere werden schwer, Saj Schode Schode Night Souls is Arms Katie Hill Stahl aufschließen Bitte Logan, aufschließen Ich sag euch, ich kannte diese Katie und ihr hattet wirklich Hirz Wie? Meinst du das nicht? Besser als die Besser als die Besser als die Besser als die Blösen Boatsch Halt 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 Aufschließen die Linie, aufschließen, 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 aufschließen Ich wurde irgendwie rausgedrückt, ich schluss mich entlang Super Das hat dann ja sauer offen Aufschließen, Second Grand builden Außenweit solltest jetzt rausgehen Keine Viererreihe machen, eine Doppellinie hätte ich ganz gerne, dankeschön Lalevitz rein, Hornhaut nach vorne, bieg und start, steht Company, forward, march Gleich gibt es reiche Ernte für den Sensen, Mike Ja, vor allem viele Unionisten Vorm Weg, hör auf, vor mir rumzuzucken, du Klopter Ey, das sind deine Eingebungen, ich laufe hier seelenruhig Und deswegen hast du dich auch gerade geduckt beim Laufen Ruhe in der Linie Company Out In die Linie Meine Herren Laufen, 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 laufen Take aim Noo Doppellinie bilden Ihr habt noch ein bisschen Zeit Make ready Make ready Take aim Take aim Take aim 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 Fire Take aim Noo Aim Feier Bist an meinem Platz, glaub ich Nein, ich bist an meinem Platz, du Mann Nein, bin ich nicht Ich war diskutiert Ruhig Schreit euch nach der Schlacht Hey Niemand ist an meinem Platz, wenn dann hinten einschließen Guern Aim Aim Ich bin nicht wieder da, wer denn? Feuer! Ladet Back & Ball, Jungs! Back & Ball! Sie ist Feuer! 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 Ossi, geh in die erste Reihe! Ruhig, mach mal gleich. Sortiert sich gleich mit Angriff. Feuer! Ein Warnsporn! Erste Doppeltrick! Hold and reload! Checkmate! Noted! Company! Charge! Pilate! Charge! Ussar! 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 Company! Forward! Forward! March! Captain Reaver! Die Kriegverstärkung von links! Okay! Add one! So, können wir diesmal ab und triff die 2nd Infantry bekommen damit chargen? Stay game! Add the Doppelcrack! Double! March! 50 Second! 3! Fire! Exel! 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 Run! Run! Exel! Run! Bahn frei! Hussar! Hussar! Da wird die Flader stehen! Die Schriften von links! Auf zur Heimschadens geht's! Charge! 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 Bahnhof! Exel! 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 Kommt über sie! Kommt über sie! Bahnfreude! Für Burnett! Äh... Danke der Schilderinnen! Danke der Schilderinnen! Wir sind Deutsche und wir kämpfen für die Freiheit der Union! Nicht so weit verfolgen Jungs! Nicht so weit verfolgen Jungs! Sammeln! 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 Hier war noch einer! Der ist tot! An der Fahne sammeln! An der Fahne sammeln! Ruhe bewahren! Doppellinie auf dem Boden! Sammelt euch mal hier am rechten Ende der Linie quasi! Genau! Erlaubt nur zu laden? Ja! Laden! Bayonette! Backenbohr oder? Backenbohr laden! Und bitte nicht im TS Jungs! Achtung! Der Feind steht vor uns! In Richtung Osten! An den kümmern wir uns gleich ein! Sargent! Ich lag hier vorne zu mir! Ich komme! Captain Weber! Ja! Gegenher ist eben die Straße hoch nach Nord-Ost-Nord gestürmt! Flagge gesichtet! Osten! Osten, ne? Stätigt! Stätigt wieder alles? Ja! Company forward! Forward! March! Komp利! Oート! O tre kurse! Oh holy fett! Er ist ja auch reif! Da sind sie! Was machst wir? Mag ready! Fang agon! Take aim! Super game! Fire! Oh man! son of a botz die rucksäcke sind echt scheiße oh ja jetzt zweite reihe mann right res hinlegen hier jungs die zweite reihe ist hier vorne nicht existent loaded company loaded take aim to the south east so we eat endlich auf dem weg ha soll man vielleicht buck and boar nehmen buck and boar company charge beinetz charge beinetz huzzaaa forward march forward ruhig ihr macht das gut ist es ok wenn wir right shoulder shift haben kreuz rechts ist tot ist tot friendly 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 steady weit voraus eigene für die union huzzaaa extensio einer ist im kornfeld hinter uns flagge aufheben flagge aufheben hoppen hast du sie gegen charge gegen charge gegen charge achtung gegen charge gegen charge gegen charge gegen charge laden und schießen wo ist meine einheit hinter uns gris gott jungs machen wir wieder mit dem große uuuu das dauert jetzt eine minute bespawnd independent fire uiuiuiui kreuz ich bin mir der ruhe direkt dran wieder zwei ränke draus machen jungs double ranks bilden jungs die achtige voran effektion ranstellen Wenn der Käpt'n will Schimmel rankt Jungs, also Acht in der Waffe Ach der Bellman, Ticket rankt Mach Gott zu Frodo, wie bleibt ihr da? Äh, Weber? 10? Ich würd' sagen, wie immer der 2 spielt, ja? Jawoll Halt ich jetzt beim Schimmel, fänger nicht auf Was? Ihr könnt da vorne rechts an der Ecke kippen Ja Die Acht, wenn er da war Machst du, James Machst du auch bitte Fotos Achso Na, Captain, der bei der der folgen Wollen wir mal mit? Ähm, meine Company macht 2 Schritte zurück und macht mal eine gerade Linie draus Captain, Fahrbewegung von Südwest zu West Machst mal wieder eine schöne 2er Linie, quasi nach rechts draus Kriegt ihr hin Braucht ihr hier vorne noch einen Sergeant? Double Line bilden Ein Sergeant nach vorne rechts Wir haben gerade keinen Stahl, kannst du das übernehmen, ich bin die Flagge Okay Seht ihr kein Bajonett drauf haben, Bajonett drauf Fixed Bajonett Boys, after reload Gut Wollen wir hier vorne bleiben Bajonett Bajonett Flagge direkt an der Straßenkreuzung zum Kornfeld, Sir Company, make ready Make ready Make ready Make ready Linksschritt Schönen Tag links Schönen Tag links Schönen Tag links Ähm Beifertreft Marsch Prepare for hold Hold Nicht aim Jungs, haben wir gerade von 8. Leberma reingekommen Ja, wo ist sie denn? Die 8. Leberma einmal mitkommen Start, lieber Dom Achter, da werden wir mitkommen Mach ihr Lichtkontakt da, Junge? Wir haben Lichtkontakt, ja Das scheint die 8e zu sein, Sir Südwest-Süd Das ist die 8e Schönen Einhauten Schönen Einhauten Schönen Einhauten Schönen Einhauten Schönen Einhauten з S Da ist ona uses Kmen ación tra ins In com In Weber Down Who Muy Sie 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 faszin Sie Wenn die Leute sich nicht immer 50 Grad, 1000 Meter drehen würden, könnte man sowas auch machen. Fülle die Gaps! Füllt die Lücken. Ich steh'n komisch. Ist egal, füllt die Lücken. Linie hat's nicht aufgelöst. Nee, die ziehen die nach links weg. Na meine Herren, wollen wir mal wieder eine Information bilden? Links, Linie. So, Captain zurück. So, links, dass die Linie stehen. Links steht immer noch, Leute. Independent Fire, Jungs. Wisst ihr was? Charge! 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 Bringt sie alle um! Ob Jungs, macht sie weg! Voll, ihr Offizier! Winkler ist tot. Offizier ist tot. Leute ziehen! Beber! Sehr gut! I'm down! I'm down! On the left! Zurückziehen! Aua! Ich bin doch freundlich! Komm her! Zurückziehen, komm! Gut! Sehr gut! Hier ist noch welche! Sammeln! Bei der Flagge sammeln! Sammeln wir uns! Sammelt euch hier vorne am Zaun! Vorne am Zaun! Die Alabamans zerdeckt! Ja! Und die Rebellen kommen von rechts! Wackenball oder Roundball? Wackenball! Wackenball war befohlen! Wir müssen nicht jedes Mal nachfragen! Oh! Da kam auf einmal die ganze Einheit aus dem Kornfeld! Mitten aus dem Zaunfeld raus! Die Tschechen bestimmt! Ich bin, glaube ich, der einzig Überlebende, oder? Gibt's aus! Oh Gott! Na Jungs, vorne am Zaun von mir an! Im Abhauen sind wir den Leuten immer so schlecht, leider! Vorne am Zaun von mir an, Doppellinie bilden! Joa! Tobi? Äh, Schimmel? Ja? Wer euch sammelt, könnt ihr vorne rechts quasi an der Ecke Druck machen! Ich glaube, wir werden gerade das Feste beschossen! Wir laufen dann weit über links! Äh, erst einmal muss ich gucken, wo meine Jungs sind, ob vorne an der Fahne sind! Wenn ihr wieder Leute findet! Ähm, Jungs, sind wir hintereinander! Von innen zu drüben! Dahinten! Schimmel... Captain Schimmel, fäng ich! Ich brauche mal eine kleine Eskorte! Kriege ich vielleicht zwei... Kann ich mir zwei Mann von euch mal ausleihen? Freiwillig? Kann man sich zwei nach... Meierhoff, Oli! Ja, Hullinen und... Meierhoff, super, danke! Komm kurz mit! Ja? Danke euch! Bei mir formieren, Jungs! Macht mal schöne zwei Ränge draus! Kriegen weniger Feuer von rechts! In welche Richtung? Blick Richtung... Blick Richtung... Süd! Blick Richtung Süd! Zweier Reihe! Dalle wird's vom Zaun weg! Zweier Reihe bilden! Ich steh doch hier neben einem! Achso, so! Ein bisschen nach links rangehen! Entspannung! Geht von links von Koffel dann! Haben wir... ...Bajonette drauf? Ja! 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 ...Bajonette drauf machen und die Büchse auf 100 stellen! Buck & Ball laden! Bright Dress! Bright Dress! Gerade alles überlegt! Ladet um! Round Ball! Die müssen abzumunitionieren! Hoffen wir grad nicht! Für uns welche! Das ist der Game! Where to? Dress! Ah! Und Round Ball laden, Jungs! Ich hab den wo hin! Richtungsangabe, bitte! Ging grad nur ums abmunitionieren! Man kann auch einfach laden! Ja! Nicht die Leute, die schon... Fein! Richtung Süd! Südwest! Am Baum! Doch! Das brauchen wir jetzt nicht diskutieren! Achter alle, Herr Barmer! Könnt ihr euch bitte erstmal Richtung Nordwesten ausrichten am Zaun? Ein bisschen Flankenschutz geben! Sollen wir hierbleiben? Ihr solltet euch mit Schimmel irgendwie sammeln! Copy! Anfängs! 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 Schimmeln wir jetzt hier auf die andere Seite! Da hinten kommt er! Company! Right face! Right face! Prepare to move out! Company! Bifat right! Bifat right! Bifat right! March! Ossi vor mir! Company! Out! Roll! Deine Jungs sind auf der anderen Seite! Komplier hol! Schont! Los! Kampflinie bilden! Wer ausgedrückt wird hinten wieder links anstellen! Make ready! Fiber Company make ready! Stück über die Köpfe! Take! Aim! Aim! Frontal unten könnt ihr zwei Faden sehen an den Ecken der Zickzack-Zäune! Fire! Right rest after reload! I hope, tut mir nochmal leid! Alles okay! Es ist mein Highlight bis jetzt! Oder war auch vor mir und dann... Einladig Fahne Jungs! Ein Private aus dem Rear Rank die Fahne! Los geht! Fahne steht wieder! Abbrechen, Fahne aufnehmen! Dann right rest Jungs! Loaded! Right rest! Take aim! Fahne! Fahne! Kann hier nicht wirken! Ähm, Casanova, Julian, Baumann, Beak und James, right resten, nach den Daten! Unterwegs! Noch mehr right rest bitte! Ja, ich noch... Geht nicht mehr lang! Geht nicht mehr lang! So, erschießt mich bitte jetzt keine! Keine! Feier bei Ranks! Front Ranks! Take aim! Aber Ranks, Front Ranks! Aufrücken! Kommt, alle Witz nach vorne! Das Stahl ist gestorben! Feier! Front Ranks! Neal for reload! Rear Rank! Take aim! Neal! 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 Feier! Auch Neal for reload! Neal for reload! Leider alles ein bisschen suboptimal hier! Front Ranks loaded! Front Ranks! Rise up! Up! Take aim! Aim! Fahr! Rear Rank reloaded! Rear Rank! Rise up! And take aim! Aim! Feier! After reload! Neal! Kann mich bitte jemand erschießen? Warum? Was? Ich bin das gar nicht gewohnt hier! Wenn das... Wenn das gewohnt ist für Sargen... Man kann von hinten aufrücken bei mir? Front Ranks loaded! ��at Trump dann oder fortfing. Ich bin das... Ich bin es dickig mit dem Er tribesmen! WREA enlightened! 厝lich hinter mir! M셨어요! Front Ranks Ranks! Front Ranks up! Yeah! WRECHEEN! Feier! Neal for reload! Ehhh! Dann warten kurz! Einmal kurz aufstehen lassen und wir hinknien Rear rank, rise up Mir Gar nicht hoch bin am Nachlangen Ha 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 Rear rank, rise up Zweck regen Feuer Front rank loaded Front rank, rise up Up Hallo, Schimmel schickt mich, der meint wir brauchen dringende Unterstützung auf der richtigen Flanke Äh, ja Wir lassen uns das einfallen Okay, ich bin wieder zurück Äh, ja Dann mal platen, such dir mal 2-3 Leute und bekämpf die links mal Äh Julian, Meyerhof Nee, Meyerhof wird in der Linie gebraucht, oder? Nein, nehm mit Julian, Meyerhof, mit, komm Nein, nehm mit, ey Front rank, rise up Front rank, rise up Front rank Aber du kannst das, Junge So, hier links sollen welche sind Far Ja, links sind die zweite Rear rank, rise up Rear rank up Äh, Greenberg, wo sind wir? Fahr Ich hab keine Ahnung Ich bin auch gerade erst wieder da Nee, für reload So, und dann auch ein bisschen Dressen wieder, den 2nd rank auffüllen Denkt dran, da habt ihr die schönsten Miet-Shielde Segner rückst du dann vor Wisst du, wo die Ahnung ist? Jawoll Front rank loaded Äh, Captain down Front rank, aim Rise up Rise up Feier Ich hab grad gehauen, die chargen Nein, nein, nein Rear rank Rear rank up Jawoll Rear rank up Geile Hitbox Geile Hitbox Maha Maha Drecksecke Okay, rise up Right face Rise up Right face Rear rank up Rear rank up Shoulder arms Shoulder Räumen Kommen Lücken schließen Lücken schließen Oli, letta Du stehst an mich Oli, nach hinten Preparter von vor Schließ dich einfach mal eben an Company counter-marche Beifat's right Counter-marche Right March Hast du getroffen? Ab der double quake Ab der double Ab der double Ab der double Ab der double Scheiße Viele Verluste Over the fence Kommen Lücken schließen Aufschließen Aufschließen Und zack zack Jetzt bin ich hier, Sir Schließ' uns jetzt, Mann Wir gehen sauber, Mann Jetzt wollen wir, dass wir die drei Leute da vorne kalt Charge den mal, Jungs Charge 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 Jaaaa Hussaaa 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 Lauf doch nicht weg Ich ergebe mich Hussaaa Werk mit dir, du Rebell Alter Reformieren Reformieren зайformieren Tobi ist der First Sergeant, daneben werdet ihr euch schön hinstellen Und rein in die Zweier Reihe Sehr gut Vom feinsten So Jungs, ihr habt gesehen, von wo das Feuer kam? Ja, Richtung Echt Cappoint links davon Ihr seht die Fahne da auch im Maisfeld Make ready and take aim Make ready Take aim Fire Reload Jetzt habt ihr die Mündungsfeuer gesehen Die links starten auf jeden Fall Wollt's sagen Von wo schießen die denn Jungs In Richtung Cappoint Leicht links davon Logan Come Logan Runter Jungs, alle runter Niiil Wir müssen selber kurz erst im Ferngler schauen Second rank, right rest Haben sie jetzt alle gesehen Bestimmt nicht Stehen vor mir, Sir Okay, Richtung Nord-West, find Kontakt Right up Take aim In den Bäumen Fahre Neil Neil Reload Wo ist eigentlich unser Second rank hin? Teilweise existent Das ist eure Aufgabe Das ist eure Aufgabe, dass ihr die Mündungsfeuer mit aufhören Ja Ulehan im Hocken nachladen Rearank, after reload, right rest Und auffüllen Da ist jemand von der achten hier Ja hier Wo seid ihr? Hallo Karo Wir sind auf der rechten Flanke Komplett auf der rechten Flanke Abt ihr da harte Gegenwehr? Ähm Komm Klaus Das dauert zu lange Ich glaube ich bin stark Ähm Mein Vorschach ist Okay Du gehst rüber Bei 2 Start Müller Alles klar Ich höre nix 50.000 Gehle War das denn für Schnellspritzer da zwischendurch? Willeham Steht im 0. Rank Geht mal nach hinten Sargent der 52. hat Wille hat Zeit Und dann kommt der Captain Ah ok Das hab ich nicht gehört Deswegen war das ganz komisch Ja tut mir leid Das ist mir leid Ja du warst in der Diskussion Deswegen dachte ich Ich mach einfach weiter Ja ist ok Pass Ich hätte dich aber tatsächlich nicht gehört Baumann nach hinten Loaded Cowboys von Platten Mach mal vernünftigen Right-Resting Sittlinge am Rad West Südwest Feinde Rise up Take in Milla nach links Südwest Fahr Stehen bleiben Jungs Stehen bleiben On your feet Stehen bleiben On your feet 30 Sekunden wenn wir mal nen Angriff starten Also nach der nächsten Seife Back and Bottle laden Huhu Hussah Hussah Wieder drei Schützen auf der Linken Oh scheiße Right-Rest Sargent Bounder Teil 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 Part Front Arr Black and Boll Black and Ball Black and Boll Black and Poll Black and Boll Black and Poll Gleich gehtts rein Jungs Schließt euren Frieden mit Gott DIN RI żebys hier SOLOSENTY Arm Company Shoulder Arles Shoulder Right face Prepare to move forward. Right faced. Company, at the double quick. Double quick. Forward, march. Forward. Company, weifels left. Weifels left. March. Forward, in the double quick. Leute, double ranks. Double ranks. Company, charge by Nets. Charge by Nets. Huzzah! Was ist das denn für eine Information? Charge and Run! Charge! Charge! Wir sind Deutsche und wir kämpfen für die Freiheit der Union. Hör auf zu singen und kämpfe, wenn du noch Atem empfällst. Was sind unsere? Auf zum Atem! Feine, feine, feine! Charge! Charge! Oh no, they're shitty bastards! Weifels! 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 Wer ist hier was? Seh nix! Ruhig laden. Ecke besetzen. Blau. Clearen. Ecke besetzen. Nachladen. Alter, dass ich nix gesehen habe, Mann. Äh, was das für ein Bullshit war. Ich seh nix. Hier bleiben. Nicht wegrennen. Ich seh nix. Ich seh nix. Hier bleiben. Nicht wegrennen. Ja, kommt. Ada. Messerstecher. Okay. Frage, ich stelle dich mal in die Mitte von uns. Frage, in die Mitte. Genau. Kassen. Weiter, genau. Nicht so dicht an mich geraden. Ich sterbe heute zu oft. Ja, dann ist das doch gut. Ja, das ist ja ein gutes Ohr. Okay. Schnapp dir welche und richte dich Richtung Süden aus. Ich nehme die andere Seite. Nordwesten, Nordwesten. Nordwesten. Nordwesten, alle willst du knallen ab. Klungen vom Wilkronos. Wir richten uns geblinken aus. Warum hatten die bitte ne Union-Flagge? Eigentlich mal rein. Malte, in meine Richtung schauen. In Norden. Ich muss dich nicht verstehen, warum die ne Union-Flagge trafen. Äh. Von hinten kommen wieder welche. 2-3-4-4-4-5. Nordwesten. 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 Kronos. Nach Süden gucken. Da müssen eigentlich die alle wärmer. Die sind leider gleich im Schlaf. War kein Bau, Jungs. 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 Aha! Schönerer Umsicherung. Wenn sie kommen, sagt der Himmelsrichtung bitte, dass alle reagieren. Ein. Ein. Südwesten. Einheit gesehen. Hat sich im Wald gezogen. Richtung Westen. Richtung Westen. Im Westen hab ich. Hauptstreitmacht Richtung. Was sind wir es? Umwald. Da haltet euren Kompass bitte immer an den Hauptsport. Hier wird nicht rumgerannt. Das war aber keiner von uns, oder? Nein, das war ein Rebell. War grad verwirrt. Äh, meinte Vogler Baumann kommt mal schlipp noch in unsere Richtung. Der auch. Der Hauptstreit war Richtung Nordwesten. Der Hauptstreit war Richtung Nordwesten. Koppel von Platten, überwachen Sie mit mir die linke Seite, beziehungsweise neuerliche Richtung bitte. Haupttrupe, Blick Richtung Nordwest. Ja, guck ich schon hin. FUNZ! Rebell in Front. Äh, Nordwest. Nordwest, Junge. Nordwest, Junge. Nordwest. Down. Ich hab ihn. Ich hab ihn. Hui, bewahren. Wir werden gleich kommen. Ihr macht das geil. Schaut da geil aus. Das ist dunkel. Das ist unser Vorteil, nicht so dunkel. Das ist auch so dunkel. Keine Sorge. Bewegen auf der Hauptstraße. Oh ja. Ja. Blick Richtung Hauptstraße, Jungs. Welche Richtung? Richtung Süden. Richtung Süden. Ja, halt so. Ende Fernandfeier, Jungs. Oh Gott, Gott. Jupp, da kommt ein Charst. Guard against the Vertreter. Charge. Guard against the boy. Confi ist hinter uns. Confi ist hinter uns. Nordst. Ja. Okay, da wurde ich von fünf Seiten abgeknallt. Nein, du Drecksack. Komm her. Nein, du Drecksack. Komm Jungs, hier bleiben. Laden Jungs. Ein Rebell noch. Hab ihn, hab ihn. Knippe ihn. Knippe ihn. Knippe ihn. Ja, mir auch. Ja. Laden Jungs, bitte fern ins Feuer. Nach Laden Jungs. Aus Südwesten kommt die Regung. Einzelkampfkräfte aus Westen. Der rennt jetzt nach Südosten weg. Wider gemacht. Was ist das? Oh, klar. Der Bunk geht. 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 Leider hat nochmal Bracking. Treffen wir sie nochmal richtig hart. Würde ich sagen. Ja. Hier war das kompletterer Charge über Rechte Flanke mit allem was wir haben. Jop. Zwei Kolonne. Bei Steve. Äh, Keith. Reload Pick's Bayern Aids boys. Zwei Kolonne. Sergeant Steve. Nein, Keith. Ziegler. Lüfte ist nicht drin. Schimmel, ich komme. Ich bin krank schön. Gebt Gas. Die Zeit läuft ab, Jungs. Zack, 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 zack. Da müssen wir aber jetzt lebern. In der Kolonne. Kolonne ist angesagt, ein Partner. Geht ganz die Zeit, wenn wir kommen. Ja. Es ist los, Gangster, los. Jawoll. Steht. Run, Jungs. Ein bisschen aufschließen, damit wir zusammenbleiben. Was ist denn jetzt los? Wo ist hier die Doppelkolonne? Ich sehe fünf verschiedene... Nein. Leute, es ist Ruhe rein. Wir machen amerikanische, Jungs. Ja, sag das mal denen da vorne. Jungs, bisschen Ruhe reinbringen. Alles ist gut. Auge der Fans. Fusa. Danke. Fuglein, welche Reihe bist du? Ich hoffe, in der ersten oder in der zweiten. Ich weiß es nicht sogar. Eine von beiden entscheiden und einhalten. Was? Komm, Pedaline Jungs. Das kriegen wir hin. Auch in der Bewegung. Charge Bayern. One more Pedaline. Charge Bayern jetzt Jungs. Hussan. Run. Run. Runde ist verloren. Los, 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 los. Ob das Mündlux vorher wird. Charge Jungs. Charge. Jetzt oder nie. 52. Ex-Selvior. Ex-Selvior. Und feuert sie zu Tone. Mach sie tot. Nicht übertauen. Es sind Verbündete hier. Ja, wir sind schon im Mais. Wir sind im Mais. Okay, nicht feier Jungs. Ach, der Elle Bermatt. Wer? Ach. Ich sehe nichts, aber los. Ich sehe ja gar nichts. Da habe ich den Logen abgestochen. Nicht leiden. Aber das schaffen wir eh nicht. Ich habe sie verloren. Zwei Minuten, das kriegt man nicht hin. Die Armee haben sie gesagt. Oh. Am Haus, am Zaun, am Zaun. Horn for Sam. Oh, ich sehe nichts, Leute. Wo ist die Abte? Ja, ruhig. T drücken. Die stehen direkt vor uns. Und feuern. Feuern. Einfach in die Richtung Südwesten feuern. Südwesten. Feuer frei. Fired well. Wieso nimmt der jetzt schon wieder? Ich habe doch Nachhieler an. Flagge ist down, Jungs. Ah. Wo liegt der denn? Beak. Oder Adalewitz. Kassanova. Oh, oh. Ah, hier. Link. Feuer, Feuer, Feuer. 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 Feuer nach West, Südwest für uns. Südwest, Südwest. Feuer Südwest, Südwest. Wailing bei vier. Das bin ich alleine. Zwei. Zwei. Ich habe gerade Henning gehört. Das ist kein gutes Zeichen. Haltet die Stellung. Haltet die Stellung. Haltet die Stellung. Wir sind vorne an der Ecke, glaube ich. Ja, eigentlich. Auf dem Stein. Ja doch, das ist Henning. Hauen weg. Südwest. Wow. Knallt sie ab. Leute, das schaffen wir nicht. Oh, gib Gassi jetzt. Good game. Nein. Nein. Südwest. Drückt raus, was ihr noch habt. Huzzah. 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 Drückt raus, was ihr noch habt. Huzzah. Hör weg. Konfederierten Passwort. Feindverkehrsout. Ich lebe die Union. Ein Scheiß. Jeder, das ist Cop fight할. Wer schlägt für dich? Und die Still. Wo bin ich? 31, ne Jun zeros? Ach du warst ein Feind Ich wollte gerade noch zustechen Oh, wir haben Fast 60 Leute mehr verloren Uiuiui 54 mehr verloren Nicht schlecht